mal mit dem MAN Lion City Bus in der Welt schneeige Hügellandschaften. Es ist ein MAN Lion City Gelenkbus. Ja, und damit fahre ich jetzt mal in der Welt schneeige Hügellandschaften und bin mal gespannt, wie der Bus hier so fährt. Also an sich finde ich den Bus ganz schön. Er lässt sich auch gut lenken und gut bremsen. Nur vom Speed her finde ich ihn nicht so gut, muss ich sagen. Aber ansonsten geht er. Okay, hier geht es jetzt bergab. Wenn es bergauf geht, dann würde die Tür, glaube ich, auch spinnen hinten, weil die hat ja schon in der City gesponnen, als es da bergauf ging. Aber ich mache jetzt hinten für extra nicht auf, wenn es bergauf geht, weil ich möchte ja schließlich auch fahren. Und ihr kennt es ja schon, wie das dann aussieht, wenn das spinnt. Das sieht in dem Bus da genau gleich aus. Ja, der Bus fährt nur 80, leider. Mehr Speed hat der nicht drauf. Und das hier ist 80, wie wir gerade fahren. Schneller geht der nicht. Ja, ist leider so. Jetzt geht es bergab. Jetzt fährt er schon schneller. Jetzt ging es gerade bergab. Da war er jetzt schneller. Oh, jetzt geht es bergauf. Hoffentlich kommt er hier hoch. Ich gebe Vollgas und er schafft, also ich gebe Vollgas. Er hat es zum Glück geschafft. Aber die Tempo, also die Tacho-Anzeige, die ging nicht ganz auf 80. Ja, weil es so bergauf ging. Okay, jetzt fahre ich 80. Ich gebe Vollgas. Ich fahre hier hoch. Seht ihr, jetzt geht die Tacho-Anzeige runter. Ja, weil der Bus, der schafft es nicht ganz da hoch zu fahren, wenn... Ja. Aber egal. Hauptsache, ich komme hier vorwärts. Ich mache jetzt hinten nicht auf. Obwohl, eine kleine Pause können wir hier schon machen, oder? Aber jetzt halt bloß nicht hinten aufmachen. Seht ihr, vorne kann ich aufmachen. Vorne spinnt sie nicht. Seht ihr? Vorne geht sie zu. Aber wenn ich die hinteren... Also die zwei Türen... Wenn ich die zwei Türen ganz hinten aufmachen würde, dann würden die garantiert spinnen. Oh, und der Bus ist hier fast nicht hochgekommen gerade eben. Naja, egal. Wir fahren weiter. Ah, und jetzt geht's bergab. Bergab. So sieht der Bus übrigens von außen aus. Hier 7304 reinfällen. Hier ein ganz Standard-Gelenkbus. Oh, hoffentlich schafft er es hier hoch. Jetzt hat er gerade nicht so viel Speed drauf. Oh, aber ich liebe diesen Bus vom Aussehen einfach. Ist ein schöner Bus. Halt so ein typischer Gelenkbus. Ja gut, ich komme mit dieser Sicht gerade nicht klar. Ja, guck, ich bin jetzt gerade gegen eine Laterne gefahren. Gegen einen Pfosten. Ich muss wieder die Fahrersicht nehmen. Ich kann mit der Fahrersicht immer noch am besten fahren. Ich wollte euch den Bus hier nur kurz zeigen. Gut, und weiter geht's. Ja, der Bus hat gar keinen Speed drauf, richtig. Also man kann mit dem echt nicht schnell fahren. Er fährt nur 80. Das ist seine Höchstgeschwindigkeit, 80. Und wenn's bergauf geht, schafft er fast gar nichts richtig. Jetzt zum Beispiel geht's bergauf und er hat gar nicht richtig 80 geschafft. Und wenn's bergauf geht, schafft er fast gar nicht richtig.